Hallo YouTuber und willkommen zu einem neuen Technik VLT-Video. Wir machen direkt weiter mit dem neuen Apple iPad Air der vierten Generation in diesem wunderschönen hellen Grün. Wir richten das Gerät jetzt einmal zusammen ein, durchlaufen den Einrichtungsprozess gerade auf den Fingerabdrucksensor. Bin ich gespannt, dann gucken wir rum. Wie wirkt das Gerät so? Display gerade im Vergleich zum Pro, zum normalen iPad und und und. Und gucken einfach mal so eine Runde rum. Ich habe mich derweil seit eben ein bisschen wieder beruhigt, habe ein paar Orangen Mambas gegessen. Sehr schade, dass ich gerade nichts Lilanes habe, denn Lila ist die Komplementärfarbe zu diesem hellen Grün, glaube ich zumindest. Und naja, Orange gerade jetzt eher zu Blau. Naja, das hier ist die 256 GB WLAN-Version. Wenn ihr die LTE, die SELGEN-Version habt und eine richtige SIM-Karte benutzen wollt, also eine Plastik-SIM und nicht die eSIM, die dann auch möglich wäre, dann schnappt ihr euch das SIM-Karten-Tool, sucht an der Seite, ich glaube links diesmal, nach dem SIM-Kartenschacht reinpiksen, SIM-Kartenschacht raucht, SIM-Karte rein. Und da macht ihr jetzt ab jetzt weiter und zwar, wir schalten das Gerät ein. Das neue iPad Air hat auch oben den An- und Aufschalter, also An- und Ausschalter. Drücken, gedrückt halten, einfach gedrückt halten, bis ihr jetzt das Leuchten Apple-Logo seht. Und, ne, das ist ja das Besondere, das iPad Air der vierten Generation hat jetzt zum allerersten Mal in einem, naja, iPad, so den Fingerabdrucksensor an der Seite, beziehungsweise überhaupt Apple-Gerät jemals an der Seite. Als erstes werde ich jetzt hier gefragt, im neuen iPad OS, 14 Punkt irgendwas, gucken wir gleich mal. Ne, Sprache, habe ich auf Deutsch gesetzt, Land und Region, Deutschland passt hier gerade auch. So, Akku ist schön mit 91% vorgeladen, also es sollte ja dann auch sehr, sehr, sehr lange reichen. Und, interessanterweise, das iPad Air ist jetzt gleiches, gleiches Gehäuse, gleiche Größe wie das iPad Pro 11 Zoll. Jedoch, das Display ist minimal kleiner, das sind nicht 11 Zoll, sondern 10,9 Zoll Display-Diagonale. Jetzt fragt es mich, Schnellstart, möchte ich hier manuell konfigurieren? Dann bekomme ich auf einem anderen Gerät, was weiß ich, ich habe es auf einem früheren iPad oder ich bekomme es auf meinem iPhone. Dann, genau, dann poppt da so ein Hinweis auf und dann könnte ich das hier direkt einrichten. Da erspare ich mir so ein paar Schritte. Ist natürlich zu empfehlen, mache ich jetzt hier gerade einmal nicht. Ich sage manuelles Konfigurieren, damit ich alles von Hand mache, damit ich das Gerät einmal nackig einrichte, ohne dass noch externe Apps oder frühere Apps oder Apps von anderen Geräten darauf installiert werden, um einfach mal rumzugucken, auch wie viel freier Speicherplatz ist da. Aber ansonsten einfach den Anweisungen da schnell auf dem anderen Gerät folgen, dem zustimmen und dann spart man sich so einige Schritte der Einrichtung. So, ich sage WLAN auswählen. Ja, bitte, drücke auf mein WLAN und gebe dann mein WLAN-Passwort ein. Dann stimme ich hier Daten und Datenschutz zu, wobei richtig zustimmen tue ich hier nicht. Ich kriege halt nur Infos, da kann ich auch nur auf Weiter drücken. Oh, und apropos drücken, direkt jetzt kommt schon Touch-ID-Einrichtung. Sehr schön. Benutzen für, ja, möchte ich, aber sowas von einrichten. Finger auflegen, legen Sie zunächst deinen, lege zunächst deinen Finger auf die obere Taste. Usch, guck mal, wie schön, das machen die gerade echt schön. Na, ich kriege direkt den Hinweis, da oben bitte drauf drücken, aber ich drücke nicht die Taste, sondern ich lege ihn nur drauf. Finger anlegen, auflegen, hoch, runter, hoch, runter. Und wie gesagt, die Taste nicht drücken. So, rauf, runter, rauf, runter. Das Gerät vibriert nicht, das iPad Air der vierten Generation hat keinen eingebauten Vibrationsmotor. So, ich lege immer noch den Finger drauf, runter, rauf, runter, rauf, runter. Da klickt auch nichts, sondern einfach hier hoch, runter, hoch, runter. Und jetzt fahre fort, bis der Rand deines Fingers erfasst wurde. Bisher war es so, Pi mal Daumen, immer mittig. Jetzt gehe ich hier auch mal ein bisschen hin und sage, linke Seite, ein bisschen mehr Spitze, noch mehr Spitze, rechte Seite. Ein bisschen vielleicht, ach, jetzt habe ich aus Versehen gedrückt. iPad nicht konfiguriert, ich möchte aber fortfahren. Also, wie gesagt, nicht drücken. Sehr sanft, nur einfach drauflegen. So, das ist eingerichtet, fortfahren. Uh, er fragt mich jetzt hier gerade nicht. Weiteren, doch, weiteren Finger hinzufügen. Sehr schön, möchte ich nämlich auch. Vor allem, ihr habt gerade die Animation gesehen. Oh, guckt mal, es dreht sogar mit. Wenn ich das dann horizontal halte. Je nachdem, wie ich das Gerät dann halte. Und das mache ich jetzt mal ein bisschen schneller. Ihr seht es, drauflegen, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Aber, schöne Nummer von Apple, da haben sie mal wieder mitgedacht. So, und jetzt wieder, ne, unterer Rand ein bisschen tiefer, ein bisschen, ach so, ne, also, ne, unterer Rand ein bisschen tiefer, ein bisschen höher. Die Spitzen, ne, nur an den Seiten ein bisschen kürzen. Und wir sind fertig. So, jetzt müsste ich aber noch einen Code hinterlegen. Und zwar, wenn, was weiß ich, ich habe mir den Finger geschnitten. Ich trage einen Pflaster. Jemand anderes soll das Gerät für mich entsperren. Kann ich auch noch ändern von sechsstellig runter auf vierstelliger Code. Ne, dann kann ich ja eingeben. Und dann kriege ich zwar einen Hinweis, hey, der ist nicht besonders sicher. Ach, ne. Trotzdem verwenden. Dann den Code, den ihr euch ausgesucht habt, nochmal bestätigen. Sehr schön. Damit ist dann die Sperre und der Fingerabdrucksensor eingerichtet. Und jetzt natürlich die Frage, ne, möchte ich hier das iPad von anderen Sachen wiederherstellen? Möchte ich da ein bisschen Zeug rüberschieben? Aus einem iCloud-Backup, von einem Rechner-Backup, von einem anderen iPad, Daten von einem Android übertragen? Ach, guck mal! Ho, 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 ho! Änderung! Sonst taucht hier nämlich auch die Möglichkeit, meiner Meinung nach, auch Sachen von einem iPhone rüberzuschieben. Ne, dann zwar nicht so Sachen wie Telefonieren, aber auch da schon mal. Einstellungen, Daten von einem iPhone zu ziehen. Uh, ist das hier verschwunden oder verwirkt sich das unter iPad übertragen? Oder sogar von einem Android-Gerät. Ich sage jetzt aber, keine Daten übertragen, weil ich möchte es nackig sehen. Apple-ID eingeben, also die Apple-ID, also die E-Mail-Adresse, die ihr bei Apple für das Apple-Konto hinterlegt habt, einmal eingeben. Und dann natürlich das zugehörige Passwort. Und was dann erfolgen wird, wenn ihr die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert habt, dann bekommt ihr zusätzlich nochmal eine Benachrichtigung auf eins eurer anderen Apple-Geräte, wo ihr mit diesem gleichen Apple-ID-Konto eingeloggt seid. Und dann müsst ihr das auch nochmal bestätigen, dass ihr jetzt halt ein neues Gerät dieser Apple-ID hinzufügt, dass ihr das wirklich seid. Dann sieht das zum Beispiel so aus und dann kann ich den AGB zustimmen. Im nächsten Schritt kriege ich dann den Hinweis, iPad auf dem neuesten Stand halten. Du wirst benachrichtigt, bevor einfach... Ja, aber es ist halt automatisch, ist ja nicht die Frage, ob ich... Nö, das ist jetzt, kriegst du halt immer die Updates sofort. Ortungsdienste aktivieren? Ja, bitte, möchte ich. Dann die Frage, ob ich Apple-Pay auf dem Gerät nutzen möchte? Nein, ihr könnt hier nicht an die Kasse gehen und das iPad dann daran halten, wie wenn das von der Apple-Watch oder vom iPhone gewohnt seid. NFC hat das Teil nicht, aber für zum Beispiel Apple-Pay, um es online zu benutzen. Das kann man da dann auch hinterher legen. Also eure Karten kann man machen, wie man möchte. Wenn man es macht, dann am besten nochmal die Kreditkarten parat haben für diesen dreistelligen Code auf der Rückseite, diesen was ist das? CCV-Code, der dann jeweils nochmal eventuell abgefragt wird. Aber das ist dann auch wieder je nachdem, welche Bank, welche Karte ihr da nutzt. Ja, also wenn man das möchte, fortfahren, ansonsten einfach später in den Einstellungen konfigurieren. Gleiche Frage für Siri. Möchte man Siri auf dem iPad nutzen, dann fortfahren, ansonsten später konfigurieren. Wenn ich Siri nutzen möchte, dann einfach den Sprachkommandos auf Folgen, wenn ich Siri auf Zuruf nutzen möchte. Bei der Bildschirmzeit ist halt nur der Hinweis, ne, kriege ich dann die Hinweise, fortfahren, aber da passiert jetzt ja auch nicht irgendetwas. Und dann als letztes noch die Frage, möchte ich anonymisierte Daten mit Apple teilen? Ja, kann man dann auch überlegen, möchte man das mit Apple teilen oder halt nicht? Und dann jetzt doch der letzte Schritt, das True Tone Display. Das hat das iPad Air, vierte Generation hat es, ja. Weil es es aber nicht hat, ist dieses 120 Hertz, wie hieß es, Pro Motion Display. Das hat nach wie vor nur das Pro, aber wir haben das True Tone Display, das halt die Farben je nach Umgebungsbeleuchtung immer gleich aussehen. Ne, dann kann man hier gucken. Mit dem sieht es halt immer ein bisschen kälter aus. Ist halt die Frage, brauche ich sowas? Vielleicht die Grafiker oder irgend sowas? Ja oder nein? Nein, ich kriege hier aber nicht die Wahl, sondern ich kann es mir nur angucken und fortfahren. Kriege nur den Hinweis, wenn ich das nicht nutzen will, kann ich das später in den Einstellungen deaktivieren. Und dann noch die Frage, möchte ich Erscheinungsbild hell dunkel? Das hat hier auf so einem LCD Display keinen Unterschied auf die Akkulaufzeit. Das wäre wieder was wie bei den iPhones mit den OLED Displays. Das ist jetzt die 912er, die haben alle die OLEDs. Da merkt man auch nochmal eine Akkusparfunktion, wenn man es dunkel benutzt und nicht halt alles hell ist. Aber hier ist es halt nur eine Vorliebe. Und man kann ja auch in die Einstellung gehen und da dann bei der Anzeige zum Beispiel dann auch immer automatisch wechseln lassen. Dass es sich anpasst, je nach Sonnenstand. Ihr habt es gerade gesehen, dann wechselt das dann automatisch. Da habt ihr diese Sache. Und da unter Einstellung und Anzeige und Helligkeit dann auch die Option True Tone an- oder auszuschalten. Das ist auch da. Was leider nicht mehr da ist, sind die Bewegungsanimationen, die ich ja oft habe. Hier dieses rein und raus gewusche. Das ist ein bisschen versteckt worden schon vor einigen iPad oder iPadOS, iOS-Versionen. Das ist jetzt unter Bedienungshilfen. Und waren es Bewegung oder Anzeige? Jetzt 50-50 Chance. Bewegung. Bewegung reduzieren. Genau so. Und dann ist es halt nicht mehr dieses wusch, 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 wo ich auch teilweise nochmal von Leuten höre, denen wird da leicht schwindelig. Kann man da deaktivieren. Und dann sieht es auch mal ein bisschen, ich will nicht sagen schneller aus, aber die Übergänge sind halt nicht so flüssig, nicht so bewegt. Und dann, es wirkt halt teilweise ein bisschen schneller. Aber das kann man da machen, wie man möchte. Und auch die andere Sache, die dann sich in den Bedienungshilfen inzwischen verschwunden ist, die Anzahl, der Anzeigehinweis. Und da die Autohelligkeit, wenn man die nochmal neu anpassen möchte. Manchmal hängt die sich teilweise ein bisschen auf und dann geht man da schnell rein, macht an, aus. Das sind halt diese Standardsachen, die immer mal wieder aufkommen. In der Regel kann ich einfach runter ins Kontrollzentrum wischen und die Helligkeit darüber justieren. Und das wollen wir nämlich auch direkt mal machen. Ich sage hier automatisch aus und gehe wieder auf hell, um weißen Hintergrund zu haben, um jetzt hier mal hingehen zu können, die Helligkeit auch auf Maximum zu stellen und dann mal zu gucken. Schönes Display. Schönes Display. Also von der Ausleuchtung, von den Farben gefällt mir das echt gut. Aber man merkt den Unterschied. Naja, ist halt nicht 120 Hertz. Wobei, naja, ich war ja halt jetzt, das ist mal nicht direkt daneben. So, und jetzt habe ich ja die Autohelligkeit, da bin ich jetzt wieder von manuell rein. Das passt sich zwar teilweise dann auch wieder an, aber wieder so ein kleiner Tipp, wenn man da dann ganz kurz hingeht, Autohelligkeit an und aus. Und jetzt passt es wieder schöner, sage ich manchmal. So, wir gucken aber noch bei allgemein unter den Einstellungen und zwar der iPad Speicher. Das hier ist ja die große Version. Der iPad Air, vierte Generation, fängt mit 600, Pi mal Daumen, 630 Euro an mit 64 Gigabyte. Eine 128 Gigabyte Speicherversion gibt es leider nicht. Apple geht dann direkt auf 256 Gigabyte Speicher, also direkt sozusagen der vierfache Speicher. Und da landet man dann fast bei, ich glaube fast bei 800 Euro in der WLAN-Version. Das sind, ich sage mal so, 170 Euro Aufpreis für vierfachen Speicher. Ja, aber so die mittlere Speicherversion wäre auch noch schön gewesen. So, und LTE ist mal wieder, schlägt mal wieder, ich glaube mit 140 Euro. Ich glaube, das hatten wir schon mal teurer mit 170 Euro, aber 140 für LTE. Ja, da sage ich aber immer, überlegt es euch gut. Ihr habt zwar dann auch ein besseres GPS-Signal, was weiß ich, die Pokémon Go-Spieler da draußen, die das dann damit zum Beispiel machen wollen. Aber, in der Regel, wenn ihr ein Smartphone habt, vielleicht ein iPhone. So, ne, und ihr nutzt das Gerät nicht allzu häufig unterwegs. Was weiß ich, ein paar Mal die Woche braucht ihr eine halbe Stunde Hotspot. Die ganzen Smartphones heutzutage sind da auch in der Lage, schnell einen Hotspot aufzumachen und euch mit WLAN zu versorgen. Natürlich iPad mit iPhone nochmal ein bisschen komfortabler. Da einfach hier, ich muss das iPhone nicht rausholen, ich aktiviere es und habe die Verbindung. Und von der Akkulaufzeit sollte das bei allen Geräten auch dicke ausreichen. Aber, wenn man ein anderes Netz parallel nutzen möchte, weil man immer überall haben möchte, was weiß ich, ich habe Vodafone im iPhone, Telekom im iPad und mit beiden Hotspot oder sowas, das sind natürlich auch noch Vorteile, die man haben kann. So, aber das dazu. Wir haben von unseren 256 GB noch 13,6 GB nur benutzt, was ein toller Wert ist. Also wirklich richtig toller Wert und vor allem, das mal im Kopf, im Hintergrund behalten, hier sind noch die 4 GB der fetten Apple-Apps drauf für iWork und iLife, wie es früher hieß. 1,7 GB Garage, Band, Kino und iMovie, Pages, Numbers. Wenn ich das alles nicht brauche, das sind Pi mal Daumen 4 GB, die man sich da wieder freischaufeln kann. Und dann bin ich hier nur mit 9 GB belegt und ja, also keine 10. Es ist schöne, wirklich schöne Werte, was man da immer sieht. Und wenn wir das einfach Pi mal Daumen runterrechnen, dann heiße ich habe ich auch, das ist jetzt nicht ganz akkurat, aber ich kann davon ausgehen, dass ich auch bei der 64 GB Version locker 54, beziehungsweise locker über 50 GB zur freien Verfügung habe. Dann natürlich die ganzen Apps, Spiele und aber ich meine, es gibt ja auch Streaming. So, sieht das Ganze aus. Ich meine, ist alles schön installiert, bewegt sich, aber ich sage es auch, wenn man das hier mal ganz kurz neben nochmal da hält. Ja, hier habe ich jetzt noch die ganzen Benachrichtigungen. Wenn ich da mal, nee, andere Richtung, das ist schon, ja doch, ich weiß, fällt jetzt hier nicht gerade auf. Aber ja, das ist, ja, das ist, da hat das die 120 Hertz vom iPad Pro, Apple macht das schon sehr geschickt, dass man sich, wenn man die da nebeneinander sieht, dann ist das Pro schon mal schöner. Aber vom Gefühl in der Hand, und das ist ja das, was ich die ganze Zeit mit dem normalen Pro, immer normalen iPad immer sage. Für 300 Euro Pi mal Daumen Marktpreis, den die Dinger dann doch haben, ist auch das iPad normal 8e Generation 1a Preis-Leistungskrache. Aber wenn ich die Dinger nebeneinander halte, dann ist ganz klar, dass ich das hier haben möchte, vom laminierten Display, was sich nicht so hohl anfühlt, vom Display selber, vom Design, vom USB-C-Anschluss. Aber dafür ist es natürlich dann auch Pi mal Daumen doppelt so teuer. Ob sich das lohnt, und wie sich das lohnt, und für wen, und natürlich finden wir alles raus. Eine Sache gucken wir uns jetzt aber trotzdem noch an, und zwar die Lautsprecher. Hallo YouTube, und herzlich willkommen zu neuen Technik heute in der Video. Vor allem definitiv Stereo von beiden Seiten. Machen wir mal ein bisschen leiser. Auf voller Möhre merke ich definitiv Vibrationen auf der Rückseite. Und guckt euch dieses schöne Grün an. Doch, laute Lautsprecher. Uh, jetzt habe ich es aus Versehen, bin ich an den Aus- und Austaste gekommen. Jetzt können wir auch den Fingerabdrucksensor direkt mal testen. Also ich drücke mal nicht drauf, sondern ich lege nur den Finger drauf. Ah, nee, man muss drücken. Gucken wir nochmal. So, also, nur drauflegen. Nein, ich muss den kurz reindrücken. Aber, ihr habt es gesehen, wie schnell das gerade ging. Definitiv, erster Eindruck. Auch von den Lautsprechern. Schön. Machen wir hier nochmal. Nicht, dass es am Video lag. Zack, nein, ihr müsst Finger, ihr müsst kurz, also ihr müsst schon wirklich die Taste reindrücken. Schönes Druckverhalten. Äh, Druck, Druckverhalten. Ja, beides Druckpunkt drücken. Schön. Und von der Geschwindigkeit, ja, 1a. Und ich meine, ihr habt es jetzt gerade gesehen, da entsperrt es sich jetzt wieder. So, zack, zack, zack. Läuft schnell. Und egal, ob ich es jetzt mit links, mit rechts, mit den einfach mal so auf den ersten, was soll man sagen, ganz normal eingescannten Fingern, wo ich jetzt auch nebenher geredet habe, mich nicht wunderbar konzentriert habe, funktioniert. So, also, schöne, schöne, schöne Nummer. Doch, definitiv. Wie sich das Ding jetzt einordnet zwischen dem normalen und dem Pro und was es alles kann und wie die Performance ist im Alltag zum Mitschreiben, zum normalen Tippen, als Rechnerersatz, als Tablet, als normaler Alltagsbegleiter und, 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 und. Gebt mir da bitte noch so ein paar Tage, dann werde ich Wochen, Monate, dann werde ich darüber natürlich auch ausführlich berichten. Haha, jetzt hätte ich doch fast noch die Kamera vergessen. Kamera, wir haben auf der Rückseite die 12 Megapixel Kamera und kurzes Foto ist natürlich jetzt von der Entfernung zur Verpackung hier mit Kamera und Kamera und iPad ein bisschen schwer. Gucken wir jetzt aber auch rein. Und beim Video. Nummer 1. Das Video nimmt er dann immer im vollen Display auf, aber Trick 17, zweimal drauf tippen, dann zoomt er ein bisschen raus, dann habe ich halt wieder das normale 16 zu 9 Format beim Video. Jedoch habe ich beim iPad nicht direkt die Einstellung, um da die Auflösung zu ändern. Dafür muss ich dann ganz normal wieder in die Einstellung gehen, einmal weit runter scrollen, da ist dann die Kamera versteckt. Und da kann ich dann nochmal die Formate ändern in, naja, H.265 oder H.264, je nachdem. Und Videoaufnahme, da haben wir es nämlich, ne, standardmäßig ist die auf dem iPad Air 4 nur Full HD 30 Frames. Ich kann aber auch 4K 60 mit dem iPad Air Film. 60 sag ich ja immer, ist mir ein bisschen zu flüssig, 4K 30 Frames nehme ich mal direkt. Und, ach guck mal, Videosteuerung, da, blenden wir das doch eben mal ein. So, unten das Häkchen gesetzt. Und wenn wir jetzt ins Kameramenü gehen, dann, so, gehen wir nochmal auf Video. Aha, guck mal hier, muss man aktivieren. Aber jetzt kann ich auch hier 4K 60, HD 60, 4K 60, HD 60 wechseln. Aber, ach so, je nachdem, ob ich links drücke, auf HD und 4K ist dann der Wechsel und rechts dann 60, 24 und 30 Frames. So, und was ich jetzt aber kurz machen wollte, ist, ich starte ein Video, rede ein bisschen lauter, gehe ein bisschen aufs iPad zu. Jetzt gar nicht, um hier die Aufnahmequalität zu testen, das überhaupt nicht. Ja, wobei doch, Audio, nämlich Audioaufnahmequalität, die Videoaufnahme jetzt weniger, weil es ja auch viel zu nah und verwackelt. Aber, ja, Träumchen. Jetzt gar nicht, um hier die Aufnahmequalität zu testen, das überhaupt nicht. Mikrofon können die. Und ich habe ja auch immer wieder gesagt, ne, iPad filmen, dann drauf schneiden und das wäre auch noch was. Aber das ist gar nicht mal so verkehrt. So, was hatten wir noch vom Foto? Ja, gut, viel zu nah dran, aber das reicht Dicke und vor allem reichen die Kameras. Aber das habe ich beim normalen, beim 8er iPad ja auch schon. Die Kamera benutzen, um ein Whiteboard, eine Tafel oder was einzuscannen. Das passt. Ach ja, und wir haben ja noch eine Kamera. Und zwar haben wir jetzt die 7 Megapixel Kamera auf der Frontseite. Wechseln wir da einmal ganz kurz rüber. Ja, gut, Reflektion von der Lampe. Ihr seht das jetzt leider nicht. Ich kann A einmal Foto. Hey. Und ich habe, so, gucken wir mal. Ja, ein Schönheitspreis gewinnt das nicht. Aber für den FaceTime Call, den Skype Call oder was man da nicht hat, ist das schon mal netter als so manche MacBook oder iMac Kamera. Ja, wobei, der neue iMac soll ja da endlich eine vernünftige Webcam spendiert bekommen haben. Aber gerade empfehle ich immer wieder die höher auflösenden Kameras der iPads. Aber das soll es jetzt wirklich gewesen sein. Vielen Dank fürs Zugucken. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.